Liebe Zuschauer, Ihnen einen schönen guten Tag. Ja, und wie immer möchte ich Ihnen auch heute unsere neue Ausgabe unseres Politikmagazins PI-Politik-Spezial vorstellen. Ist jetzt gerade ganz frisch erschienen und Titelthema sind diesmal die ganzen Skandale, die sich rund um Corona ereignet haben. Und dass die vielen Profiteure, also gerade auch Politiker und da speziell auch von der CDU-CSU, hohe Millionenprovisionen bei den Maskendeals eingestrichen haben, aber trotzdem immer noch in Amt und Würden sind. Unser Chefredakteur Felix Schöner hat hier eine Chronik der aktuellen Fälle für Sie zusammengestellt. Ja, zudem beleuchtet der Artikel die Rolle von Angela Merkel, die Deutschland mit Ausrufung der Corona-Pandemie in einen Maßnahmenstaat geführt hat. Hier dazu mal ein Zitat vom Politologen Albrecht von Lucke vom Dezember 2020. Und da hat er gesagt, Corona ist die Wende gewesen, der Game Changer, wie wir heute sagen, der Angela Merkel noch einmal auf ganz andere Höhen katapultiert hat. Besonders freut uns auch, dass Niklas Lotz, besser bekannt als Never Forget Nikki, wieder für uns einen Artikel geschrieben hat. Und sein Artikel beleuchtet die Methoden von Innenministerin Nancy Faeser und wie sie gegen die innenpolitische Opposition vorgeht. Niklas nennt ihre Methoden skrupellos, wobei sich die Skrupellosigkeit nur in eine Richtung bewegt. Und da können Sie sich denken, in welche Richtung. Auch Thomas Fassbender ist wieder mit einem Artikel vertreten und er beschäftigt sich mit dem anhaltenden Konflikt in der Ukraine. Er beleuchtet hier die Hintergründe, und zwar auf geopolitischer, normativer und auch auf kultureller Ebene. In unserem Monatsrückblick, den Sie auch immer in unserem Heft finden, sind natürlich unter anderem die Twitter-Files, der brutale Anschlag der Antifa in Erfurt, der Rücktritt von Lambrecht und auch die Vorfälle in Lützerath, die Themen. Ja, und dann stellen wir Ihnen noch Putins Position vor, und zwar an verschiedenen Statements, die er auf einer Pressekonferenz verlauten ließ. Ja, und dort auf dieser Pressekonferenz haben sich zwei ganz klare Positionen herauskristallisiert, nämlich einmal, dass Russland weiterhin willens und auch in der Lage ist, den Krieg weiter fortzuführen, und zweitens, dass das Sanktionsprogramm die Wirtschaft Russlands weit weniger hart getroffen hat, als vom Westen angenommen. Ja, und dann beschäftigen wir uns noch mit dem Film Der Sturm auf den Reichstag, Chronik einer Psy-Op, der bekanntlich im August 2020 stattfand, und ja, wo es doch einige Ungereimtheiten gibt. Ja, auch bei dieser Ausgabe haben wir uns wieder sehr, sehr viel Arbeit und Mühe gemacht, und wir würden uns freuen, wenn Sie uns und unsere Arbeit mit einem Abo unterstützen und wir Sie als Leser gewinnen können. Also, bitte unterstützen Sie uns und unsere Arbeit mit den vielen Videos und Interviews, die wir hier wöchentlich immer auf dem Kanal kostenlos und ohne YouTube-Werbung für Sie zur Verfügung stellen. Richtig Spaß macht uns unser Magazin auch deswegen, weil wir da nicht zensiert werden können, und ja, haben Sie auch keine Angst, das ist keine Abo-Falle. Sie können also das Abo jederzeit einfach wieder per E-Mail kündigen. Sie finden den Link zum Abonnement in der Videobeschreibung, und hier haben wir zwei Varianten zur Auswahl. Einmal das Standard-Abo, da erhalten Sie mindestens zehn Ausgaben pro Jahr. Die werden Ihnen immer als PDF-Datei per E-Mail zugestellt. Ja, und dann bekommen Sie auch Benachrichtigungen zu exklusiven Events und Veranstaltungen mit und von Prof. Max Otte. Ja, zusätzlich können Sie sich dann noch ein Dankeschön aussuchen, nämlich einmal den Spiegel-Bestseller Welt-System-Crash als Hörbuch auf CD oder auch die CD, die Überlieferung mit Liedern der Jugend- und Wanderbewegung, die von Max Otte und seinen Freunden eingesungen wurden. Das Standard-Abo kostet pro Jahr 64,49 Euro plus Mehrwertsteuer. Ja, und dann haben wir zusätzlich noch das Förder-Abo. Das kostet 92,52 Euro pro Jahr netto, also auch wieder zuzüglich Mehrwertsteuer. Und hier haben Sie zusätzlich ein Vorkaufsrecht bei Veranstaltungen, können aber auch wie beim Standard-Abo zwischen den beiden CDs wählen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Ja, zusätzlich bekommen Sie dann aber noch als Dankeschön obendrauf den Bildband-Treffer versenkt. Ja, und dieser Bildband allein hat schon einen Wert von 24 Euro. So, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.